Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma ComMap und heute möchte ich mit euch reden natürlich wieder über EDIUS. Ja und zwar was ist bei EDIUS das beliebteste nach der Videoschnitt? Na ihr weist es? Nein ihr weist es nicht. Es ist die Fotoshow und die wollen wir heute mal bearbeiten weil da treffen wir doch ab und zu mal die Fragen hier ein von wie geht das oder dies und damit wir das mal richtig durchführen weil ich bin dann auch wieder so einer der sagt man kann ein Fotoshow in fünf minuten machen ja und das wollen wir heute mal testen ob das denn so geht ja für die anfangen habe ich jetzt hier schon mal ein EDIUS gestartet und das ist eine normale Sequenz die muss ich ein bisschen manipulieren weil wir wollen letztendlich eine Fotoshow draus machen und dafür müssen wir ein paar Einstellungen ändern die sinnvoll sind wenn sie mit dem Fotoshow eigentlich arbeiten möchte. So und das erste ist natürlich dass wir hier Video und Audio Spuren haben und die brauchen wir eigentlich nicht deshalb gehe ich hier mit der rechten Maustaste auf 2VA und sage einfach löschen. Ja die 1VA lasse ich immer stehen weil es kann schon mal passieren dass ich Video Material auch in so eine Fotoshow integriert das heißt es ist eigentlich schon ein Video und Fotoshow HDHV Show wenn sie so wollen. Ja immer beliebter weil es eben Fotokameras gibt die dann auch filmen können und dementsprechend so. Der nächste Schritt ist dass wir viel mehr Spuren brauchen und das bedeutet dass ich hier zum Beispiel mal einfach über hinzufügen also wieder rechte Mausklick in der Spur sage ich ihm einfach hinzufügen von Video Spuren und zwar mache ich mal locker fünf Stück dazu das heißt wir haben ein paar mehr muss dementsprechend das Hauptbildschirm ein bisschen kleiner machen damit wir auch alle Spuren sehen ich lasse die bewusst klein damit wir da nicht auch zu viel Platzverlust haben. So das ist das erste was wir machen müssen das zweite was wir machen müssen ist dass wir in der Einstellungen unter Benützereinstellungen ja im Prinzip einstellen müssen wie lange so ein Standbild stehen und das finden sie unter Benützereinstellungen Quelle Dauer. Ja das heißt da stellen sie als allererste Mal ein wie lange so denn so eine Foto stehen. Bei mir ich habe vor ein etwas fetzigere Musik runter zu legen sind es eben vier Sekunde deshalb kann ich das hier stehen lassen ich habe hier schon drei Musikstücke ausgewählt das war meine eigentliche Schwierigkeit weil ich natürlich hier mit GEMA freier Musik arbeiten muss ja und dementsprechend habe ich hier natürlich meine Auswahl ein bisschen eingeschränkt trotzdem habe ich denke ich schon was gefunden was passt und ja damit können wir dann arbeiten. Das dritte was wir machen müssen ist natürlich unbedingt die Fotomaterial reinholen dafür gehe ich ja einfach auf meine Explorer sprich meine Datenumgebung gehe in der D da habe ich eine Photoshop hingelegt das sind meine Fotos die ich benutzen möchte die nehme ich jetzt als kompletter Ordner und lege die in meine Hauptverzeichnis rein ja das heißt es wird quasi die komplette Ordner übernommen mit all den Bildern die hier drin liegen. Sie sehen noch die Footage von Comweb also die Footage von Comweb die habe ich schon dabei gelegt weil die werden wir das öftere jetzt sehen nachdem sie jetzt endlich mehr oder weniger fertig ist noch ein paar Kleinigkeiten dann kommt endlich unsere lang ersehnte USB-Stick mit 16 Gigamaterial Schulungen und ja eben Footage. Kommen wir zu unserer Fotoshow um erstmal zu sortieren können sie mit der Shift-Taste gedrückt hier das Fenster einfach vergrößern wir wollen ja erstmal gucken ob das alles so in Ordnung ist. Ich sehe hier zum Beispiel ein Bett womit wir anfangen ist naja ein bisschen grüßelig machen wir ja nicht. Das erste Foto ist auch gleich ein absoluter Hammer in so nicht. Ja der Fries. So die nehmen wir raus. Ja die Snupps zwischen den Babys das passt auch nicht ganz die tun wir mal hier nach die Brücke und die Brücke so natürlich auch vor dieser ja Pinguin die können wir da beisetzen. So aber sie verstehen was ich will wir müssen also erstmal sortieren damit es ein bisschen auch die Reihenfolge ja nachvollziehen kann von das was wir hier letztendlich sehen. Wenn das gemacht ist dann können sie das wieder zurücksetzen in seine normale Umgebung sie wie es gewöhnt sind. Was haben wir dann noch? Wir haben ein Problem mit den Fotos. Ja wenn sie meine Foto anschauen ich nehme einfach diese erste hier und lege sie in der Timeline. Gehe mit dem Mausrädchen das heißt ich drücke die String-Taste und bewege das Mausrädchen nach unten dann wird das Bild vergrößert. Sprich meine Timeline wird größer dargestellt. Ja und sie sehen an der linken und rechten Seite haben wir hier zwei schwarze Bauke. Das bedeutet dass die Proportionalität von meinem Bild nicht genau 16 zu 9 entspricht. Ja und wenn wir da mal reinschauen dann sehen sie dass meine Bilder alle mit 19, 20 x 12, 80 hergestellt sind. Ja und das ist natürlich überhaupt nicht das was 16 zu 9 oder eben HD ausmacht. Da waren wir bei 1080. Das bedeutet wir müssen diese Bilder ein bisschen manipulieren. Ja ich kann sie natürlich strecken aber dann werden die meisten Damen aufschreien weil man ist plötzlich dick geworden. Das wollen wir also nicht. Machen wir es proportional und ich mache es in der Mitte. Das heißt ich nehme diesen mittleren Punkt. Sie haben unten in der Mitte und oben einen Punkt stehen. Wenn ich die in der Mitte nehme und ziehe die dann wird im Prinzip mittig das Bild gestellt. Ja und ich verliere dadurch natürlich wenn wir es mal kleiner machen ein bisschen an der oberen Seite und an der unteren Seite aber damit kann ich leben. Wenn ich das nicht kann ja weil zum Beispiel ein Foto entscheidend in der oberen Seite ist kann man der Layouter einfach runter ziehen. Sprich ich kann den nach unten setzen und dadurch verschwindet natürlich unten viel mehr. Aber ich habe dann oben wirklich das was ich sehe. Das wollte ich jetzt nicht. Ich will es wirklich in der Mitte setzen. Damit das immer übernommen wird für alle anderen Fotos. Weil die haben die gleiche Größe alle. Kann ich hier diese Foto Größe oder dieses Material auf als Standard speichern klicken. Und dadurch habe ich die Größe hier so manipuliert dass alle meine Fotos die ich jetzt importiere schon mal vorbildlich zu sehen sind und nicht mehr mit links rechts schwarzer Bauke wie es hier in das Bindfenster noch zu sehen ist. Wenn ich also jetzt einfach mal dieses Haus reinhole dann sehen sie dass es vorbildlich ist. Will ich wirklich ich sag mal bin ich der Meinung dass das Haus von oben komplett drauf sein soll dann kann ich das hier manipulieren über diese Tasten. Das ist aber im Moment nicht das Wichtige. So das sind meine grundsätzliche Einstellungen diese bei jeder Fotos machen müssen. Sprich bei jeder Kamera machen müssen. Wenn sie das nächste Mal auch wieder mit anderen Fotos kommen in diese Größe dann wird das sofort erkannt und dementsprechend wird dann die Layouter das so einstellen dass es immer kommt. Wir können jetzt mit der eigentliche Fotoshow anfangen. Ja und damit können wir jetzt anfangen die Bilder hier rein zu legen. Das machen sie mit normaler Windows Befehl. Das heißt ich wähle die erste an gehe nach ganz unten, wähle die mit der gedrückten Shift Taste die letzte an und alle Bilder sind hier definiert. Es geht auf vorname Weise dass sie einfach das erste Bild anklicken, die STRG Taste und A gleichzeitig drücken. In dem Moment werden auch alle definiert. Und sie können dann einfach die erstmal in die erste Spur legen und dementsprechend haben wir dann schon mal eine erste Fotoshow. Das war ja schwer unter einer Minute. Ja egal. Aber wir sollten dann doch ein bisschen mehr machen um auch ein Fotoshow nennen zu dürfen. Ja das erste was wir machen müssen ist natürlich erstmal zu sagen dass wir hier diese Gruppierung, das heißt jedes will einfach dann alles zusammen halten. Das möchten wir gar nicht haben. Wir möchten auch unbedingt keine Ripple haben. Ja die können es also beruhigt ausschalten. Warum ist das so? Weil wir jetzt unsere Musik drunter legen und diese Musik die kommt jetzt in der Musikspur und das wäre tödlich wenn die quasi zusammen sind weil dann kann ich hier dieses Bild nicht mehr großartig manipulieren weil kein Platz da ist wegen der Musik. Die dritte Sache die wir hier machen müssen ist natürlich zu sagen ach ich habe ihn mal kleiner gemacht aber sie sehen da ja wir brauchen noch ein bisschen Musik. Nehmen wir gleich mal der zweite Clip dazu und sagen eben die sollen wir dann auch nochmal machen. Ja dann haben wir noch ein bisschen über aber das soll uns im Moment nicht auch zu schwer jucken. Vielleicht verschwinden noch ein paar wie weiß. Jede Frau ich sag mal jetzt dass wir als nächster Schritt hier zwischen ein ja eine sogenannte Überblendung haben möchte und da empfehle ich ihnen so wenig wie möglich zu nehmen. Ja also zu viel soll es nicht werden. Ja und die beste die wir haben das sind einmal natürlich der ganz normale Dissolve das heißt die finden sie bei mir hier auf Übergang. Ja und der nächste dies dann auch tut das ist natürlich das sogenannte Umblättern und zwar in der ganz normale Umblättern. Also so und die lege ich jetzt alle hier zwischen. Würde jetzt meine Gruppe an sein und ich würde dazwischen legen geht es nicht. Ja deshalb unbedingt darauf achten dass eben die ganze Gruppierung nicht gegeben ist und jetzt sehen sie folgendes. Dadurch dass ich alle definiert habe habe ich zwischen alle im Prinzip ja so eine Blende gemacht. Ja es kommt also auf der Musik ein bisschen dran wie lange die Geschichte sein soll. Deshalb haben wir die hier ausgewählt auf vier Sekunden. Ja und das können wir nochmal hier vervollständigen damit wir das wirklich bis zum Ende auch haben. Ja der nächste Schritt wäre dann noch die Vorstellung wer hat das gemacht. Das können wir mal anhand von unserer neuen Footage machen. Das heißt in der Footage finden sie unter anderem eine Menge Lower Thirds. Und ja dann nehmen wir einfach mal hier dieser Pinke aus. Oh da macht er ein Problem. Wieder zurück. Sie sehen dass er hier einen Ton hat und der schneidet einfach radikal unseren Ton durch. Ja weil er sieht der Spur ist belegt da geht es nicht. Also müssen wir hier einen kleinen Zwischenschritt machen. Ich gehe erstmal wieder zurück mit der Undo und setze diese hier am Ende. Ja und hier können wir das einfach importieren. Wir müssen übrigens auch die Nummer eins bei unserer Lower Thirds dazu holen. Warum erkläre ich gleich. So da sage ich ihm jetzt nehmen wir bitte die Ton weg. Ich habe ihn schon mal gezeichnet in früherer YouTube Film wie die Icons hier bekommen. Da gehe ich also nicht drauf ein. Nehme die beide hier jetzt hin. Ja und dann können wir das mal genauer anschauen. So die erste das beinhaltet einen Eingang. Ja und einen Ausgang. Und die Nummer eins. Das ist immer die Nummer eins. Die ist einfach stillstehend. Das heißt die hat wenig Einfluss. Da kann ich nicht viel machen. Aber die brauche ich um die Länge natürlich zu manipulieren. Das heißt ich mache jetzt hier drin einfach einen Schnitt. Das ist die C-Taste. Setze den nach hinten weg. Schiebe den hier dran. Und schiebe den hier dran. Ja und dann haben wir schon mal eine Gebilde. die quasi diese In- und Ausgang habe. Dann müssen wir noch ein bisschen manipulieren. Wie wir es ja nicht gerade in der Mitte stehen haben. Deshalb die Layout einmal aktivieren. Ja das Bild mache ich noch ein bisschen größer. Und stelle es mal hier nach unten hin. So jeder wissen dass ich es bin. So das heißt dies stellen wir mal hier hin. Damit die andere das übernehmen. Dann brauche ich nur die Layouter jetzt in diese beide andere zu machen. Das erkläre ich oder lerne ich euch alle in der sogenannte Footage Stick. Da sind Schulungen bei worin das alles erklärt wird. Wie sie das optimal benutzen können. Sie können zum Beispiel jetzt hier noch eine Farbkorrektur durchführen. Ich glaube dafür haben wir noch Zeit innerhalb die 5 Minuten. Ich befürchte es wird eh wieder mehr. So nehme das Farbrat. Ich sage ihm. Nehmen wir auch ein bisschen bräunliche Farbe. Einfach mal so. Just for fun. Hier wäre es völlig wurscht. So dann müssen wir noch einen Eingang und einen Ausgang machen. Das heißt wir setzen eine In und ein Out. Wofür mache ich das? Ja wir brauchen noch einen Titel. So und diese Titel mache ich jetzt in der dritten Spur. Sagen neue Clip hinzufügen. Quick Title. Und schreiben meine Photoshop. Oder was dann immer da auch stehen soll. Gut. Die soll natürlich ein bisschen dahin kommen. Wo ja unsere Banner ist. Dementsprechend machen wir mal ein roter Rand statt ein schwarzer Rand. Damit das auch ein bisschen farbtönlich hier passt. Nehmen wir mal so eine. Ja. Gut. Da ist mir die Fantasie gefragt. Fertig. Ja. Und jetzt haben wir unsere erste Fotoshow. Fertig. Hier sieht ihr zum Beispiel, dass ich hier bei den Jugendlichen sage ich mal. Ja. Dass wir da am liebsten doch ein bisschen mehr nach unten gehen. Deshalb würde ich hier die Layouter einfach starten. Und diesen obere Punkt ansetzen. Dass der Anker also nach oben liegt. Und sofort wird das Bild runter gedrückt. Das heißt sie haben jetzt unten einen Überfluss. Und das macht aber nichts. Aber dadurch sind die beiden Akteuren hier. Ja. Richtig in Action zu sehen. So und das ist natürlich soweit so gut. Wenn sie ein bisschen mehr Zeit haben noch als fünf Minuten. Dann können sie natürlich ja noch ein bisschen spielen mit das Material. Weil sie haben ja letztendlich ein sehr schönes Videoprogramm. Ja. Und einer der Filter die ich euch zur Verfügung stelle. Das ist die ComWeb 3 Filter. Wenn sie die noch nicht haben. Oder gar nicht wissen davon. Die bekommen sie bei uns. Wenn sie die Newsletter abonnieren. Dann haben sie verschiedene ComWeb Filter. Und einer davon ist eben die ComWeb 3 Filter. Die habe ich komplett neu organisiert. Weil es wird einfach zu viel. Und die sind in der neuen Newsletter. Ja. Ich weiß der ist noch nicht raus. Und das ist schon drei Monate über. Äh. Sein der letzten Termin. Aber es ist ja so. Dass wir ein Projekt hatten. Die dann doch fertig werden musste. Das war die Footage. Und das hat mir eine Menge Zeit gekostet. Und schlaflose Nächte verursacht. Gehen wir zu der ComWeb 3 Filter. Und da drin finden sie auch für die Fotodiashows einige Möglichkeiten das zu bearbeiten. Und eine der Möglichkeiten ist die Fotoleiste rechts. Und die möchte ich jetzt mal auch noch vorführen. Im Prinzip könnte sie jetzt schon die Photoshop weg machen. Also sie sehen da wirklich sehr sehr schnell an Photoshop zu machen ist. Aber ich möchte ein bisschen mehr noch machen. Deshalb machen wir jetzt hier noch so eine Art künstlerische Geschichte dazu. Und mal schauen wo wir das machen. Na gut. Fangen wir erstmal an. Ja. Die Bilder müssen dafür allerdings etwas länger sein als das sie jetzt sind. Deshalb gucke ich mal wie ich das machen. Ja. Ich nehme erstmal die hier übereinander. Jetzt verstehen sie warum ich Timelines brauche. Es können nicht genug sein. Das nächste was wir machen müssen ist die höchstwahrscheinlich länger. Ja. Weil wir wollen das im Prinzip. Ich zeige es am besten. Ne. Also. Ich nehme mal den hier. Und was sie jetzt sehen ist das hier an der rechten Seite. Ja. So ein kleines Bildchen dabei läuft. Ja. Wir wollten allerdings etwas später starten. Weil die Kinder wollen wir doch komplett sehen. Egal. So. Setzen wir dich da hin. Dann fangen wir erst hier an. So. Das heißt ich muss jetzt auf all diese Clips die gleiche Layout legen. Und dadurch kriegen wir im Prinzip hier so eine Art. Ja. Build a Show. Wie weit das voneinander ist. Das bestimmen wir natürlich die Abstand. Ja. Sie können einfach wenn sie den hier an diese schwarze Rand andocken möchten. Ja. Ich kann hier mal so weit gehen bis hier. So. Dann. Ups. Da sollte sie natürlich die einzelnen Clips haben. So. Und die können sie jetzt einfach hier manipulieren. Durch die so weit dran zu legen. Dass sie die schwarze Rand sehe ich. Dann lege ich hier wieder die nächste hin. Und das gleiche bei der nächste. Ne. Sie verstehen was ich will. Und was jetzt passiert ist im Prinzip. Ich kriege eine richtige Photoshop. Allerdings müssen die Clips. Da steht ja auch 10 Sekunden. Also. Muss ich die deutlich länger machen. Sonst fliegen die mir schon vorher heraus. Und das will ich natürlich auch nicht. Ja. Deshalb machen wir die mal ein bisschen länger. So. Dann haben wir hier die nächste. Sie verstehen hoffentlich was ich hier mache. Also ich mache hier auf eine ganz schnelle Art. Dadurch dass ich einfach diese Filter nehme. Die wir in der Cum Web hier liegen haben. Sorge ich dafür. Dass ich im Prinzip. Die Bilder alle in die gleiche Größe. Das gleiche Layout zur Verfügung haben. Und dass ich die quasi untereinander lege. Das einzig was mir nicht gefällt. Der liegt noch immer bei den Babys. Und ich habe gesagt. Ich will das nicht bei den Babys haben. Soll das mal hier. Bei die Tierchen machen. Ja. Da passt das besser. Und dann ist das ja kein Problem. So. Das heißt es wird einfach über die andere gelegt. Ja. Was mache ich aber wenn es dann irgendwann am Ende ist. Ich kann natürlich hier 30 Spuren machen. Aber das macht ja natürlich auch keinen Sinn. Nun. Die sind von mir so gemacht. Dass das eigentlich kein Problem ist. Weil sie legen die einfach wieder hier dagegen. Und wenn sie jetzt die nächsten anfangen möchten. Fangen sie einfach wieder unten an. Ja. Das könntest du zwar im Moment noch nicht sehen. Aber wir werden es gleich sehen. Ich muss sie nur wieder hier übereinander legen. In etwa. So. Dass wir dann auch dran kommen. So. Dann brauche ich die auch alle die gleiche Layout. Es ist eigentlich stupide Arbeit. Aber es macht richtig Spaß nachher. Das heißt. Die Mühe lohnt sich. So. Und jetzt gucken wir natürlich. Oder schauen wir mal wo der letzte aufhört. Ja. Das ist natürlich viel zu weit. Das heißt. Der muss nach unten. Schauen wir mal. So. Hier hört er auf. Das heißt. Die müssen doch kleiner werden. Sonst kann ich den hier nicht loswerden. So. Und dann machen wir das mal hier hin. Na ja. Noch ein bisschen mehr. So. Na. Sie sehen was passiert. Jetzt muss ich sie loskoppeln. Das heißt. Die können wir schon aufmachen. Lassen wir mal laufen. Upsa. Das ist schon deutlich zu viel zurück. So. Und dann die zweite hier anpassen. Und dann weiter. Wieder stoppen. Hier wieder an. Achso. Der ist auch zu lang. Dann sind sie alle wieder zu lang. Na ja. Ist egal. Aber so kommen wir zu uns schöne Gebilde. und können dementsprechend das zu Ende führen. Und so weiter und so fort. Ja. Sie sehen also was passiert. Wir haben dadurch wirklich eine sehr interessante Collage bekommen. Ja. Und das ist quasi die Photoshop. Und ja. Jetzt bleibt uns nur noch über das ganze weg zu speichern. Wir haben übrigens die Projekteinstellung gehabt auf 192050p. Das heißt. Ich muss jetzt nur noch aus zum Beispiel aus MPEG das ganze wegsetzen. Das können sie machen mit 18 und 20 MB. Ähm. Das ist aber letztendlich Geschmackssache. Ich habe keine größere Werte mehr genommen. Weil ich eigentlich keine Unterschiede mehr gesehen habe. Wir geben das Ding einen Namen. Und ja. Das war's dann. Haben sie 4K. Dann lohnt sich das Ganze natürlich zu erhöhen. Ich würde da zwischen 30 und 40 MB nehmen. Aber das schauen wir sie bitte selber an. Wann sie zufrieden sind mit das Ganze. Ja. Und dann haben wir eigentlich hier eine Fotoshow. Ja. Ich denke die kann sich sehen lassen. Und ja. Es ist wirklich mit EDIUS komplett gemacht. Sie haben hier nichts. Anderes benutzt. Ich könnte jetzt noch stundenlang Möglichkeiten bringen. Schauen wir nochmal das Spektakel hier an. Möge Bist du Feindlich. Und dann bin ich lieber zwei. Zeig auf. Ich bin lieber zwei. Auf jeden Fall. Ich bin lieber zwei. Die Englaste. Ich bin lieber zwei. Ja. Ich bin lieber zwei. deepöachsen. Da. Ja, das war es eigentlich. Wir können hier zum Beispiel die Überblendung rausholen, weil die Dame da gerade am Singen ist. Aber, ja, wir wollten eine Fotoshow machen von 5 Minuten. Okay, es ist ein bisschen mehr geworden, es tut mir leid. Aber so bin ich nun mal, wenn ich einmal in Rage komme, dann erzähle ich wieder viel zu viel. Den nächsten Mal machen wir die Hörerkunst von einem Bildershow und das ist im Prinzip nichts anderes als die Bilder fertig machen auf Ton. Und zwar Takt, genau. Ja, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comweb.